Ich habe eine positive Beziehung zu Österreich gehabt, eine positive Beziehung zur deutschen Kultur und doch, und doch hat es, habe ich gewusst, ich gehöre nicht dorthin. Die Geschichte österreichischer Juden aufgearbeitet in einer dreiteiligen Dokumentation, die bis ins Habsburger Reich zurückgeht. Unter den vielen Völkern der Donaumonarchie hatten die Juden zunächst den geringsten Grund und auch keine Richtung für nationalistische Tendenzen. So wurden sie zu den österreichischesten Österreichern. Zwischen Wien und Jerusalem, ab Freitag 21.15 Uhr, ORF 2.